Menzingen ist eine politische Gemeinde des Kantons Zug in der Schweiz. Sie liegt in der hügeligen Landschaft nordöstlich im Kanton Zug und grenzt an den Kanton Zürich. Die Gemeinde besteht aus den drei Ortschaften Estlebach, Finstersee und Menzingen. Seit 2002 ist Menzingen Sitz des neuen kantonalen Gymnasiums. In Menzingen liegt das Generalhaus der Priesterbruderschaft Seingt, Pius X. und das Institut der Schwestern vom Heiligen Kreuz. Sehenswürdigkeiten Siehe auch, Liste der Kulturgüter in Menzingen Auf dem Gubel steht das Kapuzinerinnenkloster Maria Hilf mit einer Wallfahrtskapelle aus dem Rokoko. Die etwas höchstlich des Dorfes liegende Wallfahrtskapelle Sankt Ventilin wurde 1597 erbaut. Unter dem Namen Bad Schönbrunn bestand ab 1858 ein Chorhaus bei Edlibach. Das Chorhaus wurde 1968 zu 1970 durch einen modernen Bau ersetzt und beherbergt seitdem ein Bildungshaus, das seit 1993 unter dem Namen LaSalle Haus auftritt. Institut der Schwestern vom Heiligen Kreuz Bilder Zentrum beim Schulhaus Neudorfstraße mit Post Kirche Institut der Schwestern vom Heiligen Kreuz Gedenksteinmutter Bernarda Heimgartner Kapelle Sankt Ventilin Restaurant und Kapelle Gubel Persönlichkeiten Peter Hecklin CVP-Ständerat Bruno Pezzati FDP-Nationalrat Toni Rumminger Ehemaliger Schweizer Radrennfahrer Philipp Etter Schweizer Bundesrat Siehe auch Bad Schönbrunn Frederament Sankt Ventilin Sankt Ventilin Le terror Release